Hi und willkommen zu diesem Haul heute. Ihr habt sicherlich im Titel schon gelesen, um was es sich handelt, um was für einen Haul. Und zwar habe ich bei Loungewear oder Loungeunderwear bestellt und da war Sale oder da ist sogar noch aktuell Sale. Ja, übrigens ist es heute sehr, sehr, sehr warm. Ich weiß, es sieht nicht danach aus, als würde die Sonne scheinen, aber bei uns scheint doch irgendwie keine Sonne. Es ist bewölkt, aber so schwül und so krank warm. Wir haben 35 Grad und das, obwohl die Sonne nicht scheint. Und mein Zimmer ist, wie man an den Schrägen erkennen kann, im Dachgeschoss. Also ist es bei mir sehr, sehr warm. Und ja, ich hatte in dem Video hier vor schon mal gesagt, dass ich weniger Zeit habe, Videos zu drehen oder weniger. Aber ich werde mich natürlich bemühen, wie gesagt, jede Woche ein Video zu posten, zu drehen, whatever. Das liegt halt daran, dass meine Arbeitszeiten sehr, sehr blöd sind und ich mit meinem Handy filme und da halt keine Videos vordrehen kann, weil mein Speicherplatz dafür nicht ausreicht, um Videos vorzuproduzieren. Mein Speicherplatz reicht immer nur gerade für ein Video quasi. Und ja, das war's dann auch. Und eine Kamera oder sowas besitze ich noch nicht. Ist aber natürlich ein Gedankengang, mir so eine natürlich zuzulegen, um das Problem ja quasi zu lösen. Und ja, ich will jetzt auch gar nicht weiter lang schnöcken. Wir kümmern uns lieber hier drum. Und das Ganze kommt eben in so einer Tüte, wo Launch draufsteht. Die andere Seite kann ich nicht zeigen, weil da meine Adresse draufsteht. Und es ist auch schon offen, wie ihr sehen könnt. Ich hab's aber nur aufgerissen, einmal rausgeholt. Also einmal den Inhalt rausgeholt. Der ist aber nochmal verpackt. Das heißt, ich hab den Inhalt so gelassen, wie er ist und noch nicht angeschaut. Also sehen wir das jetzt quasi zusammen. Alle zusammen zum ersten Mal. Ja. Und ich würde sagen, beginnen wir doch einfach mal mit dieser süßen Karte hier. Und da steht einfach easygoing, einfach nur Launch drauf. Und auf der anderen Seite genau dasselbe. Und da drin haben wir dann diese Karte hier oder dieses Bild. Von zwei Mädels. In Lounge-Undermäscher. Und diese Karte, da steht drauf, Launch. Und dann steht hier noch die Website und ein QR-Code, die man scannen kann. Don't forget to write down your order number below and include this slip in your parcel when you send it back to us. For more information, visit the help-up. Und mehr steht da dann auch nicht. Also, das ist halt einfach für Rückgabe und Umtausch. Bei Lounge ist übrigens kostenlose Rückgabe und Umtausch. Und ich glaube, kostenloser Fassernabend hat 50 Euro-Undermäscher wert. Beginnen wir vielleicht einfach mal mit etwas, was jetzt noch keine Unterwäsche ist. Und zwar ist das das hier. Und das ist so eine Sweatshirt, Jacke, Sepoli in irgendein komischem Weißton. Also, da stand irgendwas von Weiß. Und die habe ich in S genommen. Also, da sind wir von 100% Recycled Blast. Okay, das ist jetzt, ja, der quasi-weiße Sepoli. Der hat noch eine Kapuze dran, wo nochmal Lounge steht. Und ich weiß jetzt auch die Farbe. Die Farbe war Ash White. Und, ja, man sieht ja, dass die hier unten noch so einen Gummibund hat. Ein Reißverschluss. Und sie ist kuschelig von innen. Jetzt muss sie auch noch passen. Das wäre ganz cool. Aber an sich gefällt mir das Schnitt hier. Der Schnitt ist sehr, sehr gut. Und ich finde die Details hier an der Seite auch sehr, sehr süß. Und hier eigentlich auch Taschen. Nein, Taschen hat die Jacke nicht. Aber das ist ja kein Weltuntergang. Ich blende euch von der Jacke mal ein getragenes Bild hier irgendwie so ein. Hier ist ein bisschen mehr drin als ein Teil. Aber das sind die nochmal extra in so schwarze Tütchen verpackt. Und ich weiß das nicht, warum genau. Vielleicht damit die kleinen Teile nicht zerquetscht werden oder irgendwie sowas. Whatever. Auf jeden Fall steht auch hier drauf, dass die Tüte wieder aus 100% recyceltem Plastik ist. Okay. Und das waren die Sachen, die da drin sind. Drei Sachen, wenn du siehst. Das gehört zusammen. Das ist ein Zelt. Wisst ihr was? Wir fangen doch einfach mal mit dem Einzelkopf an. Und zwar sind das hier diese Lounge Essential Socks. Das waren jetzt zwei Paare. Ich kann euch die Preise ja auch noch einblenden, wie es jetzt im Sale war. Bei der Jacke weiß ich es nicht mehr auswendig. Aber ich glaube 22 Euro oder so. Und für die zwei Paar Socken zusammen 6 Euro. Okay, es reicht ja, wenn ich ein Paar quasi zeige. So sehen die aus. Also richtig chillig. Auch gut zum Sport oder fürs Gym halt geeignet. Ich habe Größe ML genommen. Das war glaube ich 39 bis 44 oder so in der Art. Und ich habe ja 39, 40 deswegen. Ja, sind das die Socken. Und davon habe ich jetzt eben zwei Paar. Dann kommen wir hier zu. Ein süßes Mini-Tischchen. Oder Tütchen. Und zwar ist das, oder sieht das so aus. Und zu dem Teil kann ich schon mal sagen, habe ich noch das passende Oberteil. Und zwar haben wir hier einmal, ja, diesen String in, ja wie man sieht, schwarz-weiß oder weiß-schwarz. Und zwar in der Größe M. Und dazu habe ich noch das passende Oberteil. Und das sieht so aus. Oh, ich bin verliebt in dieses Oberteil. Ohne Spaß. Es ist so, so schön. Und so ein weicher, angenehmer Stoff. Oh mein Gott. Ups. Das ist hier alles mit Gummi. Und verstellbaren, ja, Trägern. Habe ich auch in der Größe M genommen. Und das Set hat zusammen, glaube ich, auch 22,50 Euro gekostet. Dann haben wir noch so eine schwarze Bag. Und da sind noch mal drei Teile drin, wie man sehen kann. Wir machen erst mal in zwei Einzelteilen weiter. Und dann haben wir noch mal drei Teile drin. Oh mein Gott. Da haben wir einmal diesen String. Oh, die Spitze fühlt sich richtig nice an. Mit diesem goldenen, ja, Öl hier vorne dran. Der Spitze unter diesen glänzenden Stoff. Ich weiß gar nicht, für wie viel der im Angebot war. Da müsste ich dann schauen und würde euch das einblenden. Auf jeden Fall habe ich den, aber ein Cent und nicht im Set. Und dann habe ich noch einen einzelnen String. Ich bin so hype, ne? Ich habe mich auf diese Bestellung so gefreut. Und zwar ist das dieser hier. Einfach schlicht schwarz. Und dann steht oben dran ein bisschen eben von... Oh mein Gott, wie überbillig der dich gerade war. Dann steht hier oben eben Lounge dran. Und der ist in diesem Ripped Stoff. Eigentlich ganz nice. Und passend dazu habe ich den noch in weiß. Aber in weiß habe ich den jetzt set. So sieht der weiße davon aus. Das ist halt so diese Chili-Milli-Unterwäsche, ja. Und dazu... ...habe ich eben den passenden, ja, pH. Und so sieht der pH aus. Der pH ist ohne Polster. Und die gab es den gerade ganz schön klein aus. Ich hoffe, das passt. Ja. Und auf den Trägern hier steht auch nochmal Lounge. Und eben hier unten dran auch. Und wie gesagt, das ist ohne Push-Up. Sieht sehr, sehr nice aus. Ich würde mich freuen, wenn das Ganze auch passt. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Und mir natürlich hier auf YouTube auch ein Follow bzw. ein Abo da lässt, um meinen Kanal zu unterstützen. Das wäre sehr, sehr, sehr gut von euch. Und ja, ich hoffe auch euer Verständnis, dass ich nur ein Video in der Woche hochladen kann. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Also wenn es den Quanten Queim E- земster red질, ebenfalls ja über plummet, dan würde ich das Verse sacrifices nach oben sehen und anfangen. Und dann würde ich noch ein Video zys страхressoch. Und dann würde mich noch einenenden da auch gerade nicht Fix opening y Bankern,